Willkommen in meiner Wachswerkstatt. Ich zeige euch hier in dem Video die Benutzung eines Dampfergeschmelzers. Dass der Raum natürlich dementsprechend verkleidet sein sollte, eine Lüftung hat und auch ein Licht, das sollte klar sein. Wir haben hier so eine Schlacke aus dem Schwimmbad genommen, die macht das komplett wasserdicht und wenn ich hier die Tür zu mache, dann habe ich hier ja auch meine kleine Privatsauna. Der Türgriff sollte noch repariert werden, aber der Rest funktioniert. Wichtig ist halt für so einen Raum, schimmeln darf er nicht. Er soll immer trocken sein und deswegen habe ich mir natürlich auch einen Hygrometer hingesetzt mit Temperaturanzeige. Natürlich wird sie immer sehr warm und durch das Wort Dampfergeschmelzer entsteht ja doch auch sehr viel Wasserdampf und deswegen finde ich immer ganz gut wenn man Lüftung hat plus nochmal ein Außenfenster wo dann alles rausgeht. Ich habe hier nicht den Strombetrieb, ich habe den Gasbetrieb. Einfach deswegen weil ich mit dem Gas doch einen Tacken unabhängiger bleibe und ich das auch tatsächlich einfach so besser finde. Wenn es jetzt rein um die Rechnung geht, kann ich nicht mehr behaupten, dass der Stromdampfergeschmelzer teurer ist. Ich denke es kommt von der Benutzung, also von den Kosten her auch selber raus. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe jetzt den Feuerring unten angezündet und das Feuer macht jetzt den Wasserkessel in der Mitte. Heißt bringt das Wasser zum Kochen. Deswegen habe ich hier ja auch meine Gießkannen mit dem Wasser, das werde ich jetzt erstmal vollfüllen. Wenn das Wasser kocht, dann geht es durch eine kleine durch den Kanal nach oben in den Innenraum des Dampfergeschmelzers und hier im Innenraum seht ihr da unten dieses Lochblech. Das heißt der Dampf, der hier aus dem Rohr kommt, der füllt unten die gesamte Wanne aus, geht durchs Lochblech nach oben und heißer Wasserdampf plus Druck lässt eben Bienenwachs schmelzen. Ihr seht ich habe da schon Blöcke drin. Das ist alles eine Charge. So ein Block, das ist so wenig Bienenwachs, das will ich nicht einlagern. Ich brauche die großen Blöcke, die sind reinlicher und besser zum Händeln, auch was den Schmutz angeht, der abgeschabt werden sollte. Ihr seht ihr auf der Unterseite ist immer alles sehr dreckig. Das geht nochmal in den Prozess von vornherein. Wie kleiner der Wachsklump ist, desto mehr Arbeit. Deswegen alles eine Charge kommt nochmal rein. Das ist die Charge vom Altwachs. Deswegen stehen hier auch noch die Rähmchen drin. Und auch hier gleich, in diesem Video kann man gleich noch sagen, sowas hier wird auf jeden Fall mal ausgeschmolzen. Altwabe plus eben Zuckerwasser drin, wo nicht ganz verdeckelt ist. Hier genau dasselbe. Ist zwar eine schöne gelbe Wabe, aber überhaupt nicht verdeckelt. Deswegen fliegt die raus und wird ausgeschmolzen. Altwachs deswegen, weil hier kommt jede Wabe rein, die bereits mit meinem Frischwachs eine Wachsplatte bekommen hat. Das sind für gewöhnlich diese Rähmchen-Systeme hier, wo eine horizontale Drahtung haben. Die haben eine Wachsplatte, zwar aus meinem eigenen Bienenwachs, da das Bienenwachs jedoch schon einmal im Kreislauf drin war. Also sprich, hier Frischwachs wird ausgeschmolzen. Daraus mache ich Mittelwände. Die Mittelwände landen hier in den Rähmchen drin. Die Rähmchen gehen eine Saison mit, maximum zwei Saisons. Wenn sie den dann schön gelb und ohne Risse geblieben sind, aber auch dann werden die alle eingeschmolzen und das ist das Altwachs. Mit dem werden Kerzen produziert und landet nicht mehr im direkten Kreislauf der Bienenhaltung drin. Ja, so eine Halbgießkannen sollten da erstmal reichen. Dann kann das Ding wieder mehrere Stunden durchlaufen. Leider ist mir das Gummiband zum x-ten Mal abgefallen. Deswegen muss ich jetzt immer ein bisschen tricksen und einfach den Stein nachher drauf legen. Oh, da habe ich das vergessen. Und zwar haben wir hier noch eine Wabenkiste, wo einiges dabei ist, wo eingeschmolzen wird. Die Wabe hier wird nicht eingeschmolzen, weil die ist ja hier leer und das was offen ist, ist leer und das was hier verdeckelt ist, das ist zu und deswegen kann man so eine Wabe im nächsten Jahr noch benutzen. Zum Beispiel für den Futteraustausch. Dann haben wir so eine Wabe hier, die ist jetzt schon viel offener, das ist zwar auch viel verdeckelt, aber hier ganz viel offen, ist für die Bienen nicht so toll, wird eingeschmolzen. Genauso einschmelzen. Wow, das ist jetzt eine gute Wabe? Nein, ist sie nicht. Hier auf der Seite ist viel zu viel offen. Einschmelzen. Die ist gut, die kann man belassen. Die bleibt. Die bleibt auch. Zumindest erstmal. Die hier, schwierig zu sagen, wird eingeschmolzen. Zu viel offen. Einschmelzen, einschmelzen und hier nochmal wird auch eingeschmolzen. Und weil ich da jetzt auch nicht zimperlich sein will, nehmen wir die auch noch in den Dampfwerkschmelzer rein, weil die doch auch hier auf der Seite flüssig ist. Also ihr seht, alles was ich nicht mehr einlagern tue, wird rigoros ausgeschmolzen. Die letzte noch und die zwei anderen Waben, die werden dann eingelagert. Wunderbar. Deckel drauf. Stein drauf. Anstatt Gummiband hatte ich den Stein. Und normalerweise lasse ich jetzt hier unten immer so einen halben Zentimeter drin von Wasser, weil wenn da überhaupt kein Wasser drin ist und euch fließt das heiße Bienenwachs rein, dann habt ihr das Problem, dass der Wachsblock später im Eimer feststeckt. Und vielleicht nur noch im Vorschlaghammer rausgeht. Deswegen als Trick immer ein bisschen Wasser unten rein. Das dient auch dem Zweck, dass der Schmutz sich immer unten ansammelt und dann in der Wasserschlacke eben zu so einem Schmutzkuchen wird, wo ich später mit dem Stoppmeißel einfach abschaben kann. Und sowas landet später im Gulli. Ich kann es natürlich kurz hier zwischenlagern. Das dauert jetzt so circa 20-30 Minuten und dann dürfte da schon die Hälfte von der Riesenladung, ich habe ja auch die Blöcke noch reingeschmissen, schon durch sein. Ich sollte hier ab den nächsten 15 Minuten alle zwei, drei Minuten hier in den Raum mal kurz reingucken. Ich habe es dann schon ein paar Mal gehabt, dass dann die Eimer überlaufen. Deswegen gilt hier die Regel, lieber öfters gucken und der Eimer läuft nicht über. Was vielleicht noch so eine tricky Sache ist in der Imkerei. Also mein Ziel ist immer, dass der Eimer mit dem Bienenwachs einfach so voll wird, wie es einfach nur geht. Das hat was damit zu tun, dass ich eben dadurch mehr Arbeit mir spare und sich eben der Schmutz vom Bienenwachs schneller unten, sozusagen von der Gesamtmasse schneller unten absetzen kann und ich es mit einem Schlag raus habe. Die Arbeit hätte ich natürlich vervierfacht, wenn ich das alles manuell kratzen würde mit vielen kleinen Blöcken. Hier sieht man dann das Ergebnis. Es war ein sehr schlechtes Bienenjahr diesmal. Die unteren drei Reihen, das ist das Frischwachs, was die Biene wirklich ganz neu gemacht hat. Ich komme noch ein bisschen dazu. Das ist das, die ganzen Naturwaben. Können auch alte Naturwaben sein, spielt bei mir keine Rolle. Hauptsache es ist immer frisch von der Biene gebaut, also selbst gebaut. Und die obere Reihe ist das Altwachs, das ist das, wo eben aus den mit Mittelwänden bestückten Rähmchen ausgeschmolzen wird. Kosmetikwachs werden Mittelwände draus gemacht und als Kosmetikwachs verkauft. Und hier oben wird als Kerzenwachs verkauft. Und weiter geht's. Ich mache jetzt den Dampfer Schmelzer noch nicht auf, weil wenn da jetzt noch so viel Wachs, wie man hier sieht, rausfließt, dann ist der Prozess hier innen drin immer noch am Laufen. Das heißt, Deckel bleibt zu, aber jetzt wird gleich der Hoppock verschoben. Und jetzt passiert das, was ich vorhin meinte. Mein Ziel ist es wirklich, das Bienenwachs bis nach oben so voll wie es einfach nur geht zu machen. Das ist einfach effizienter. Und weil jetzt auch nur noch Bienenwachs kommt und nicht mehr so viel Wasser oder Restflüssigkeit, habe ich hier schon den Eimer auch mit Wasser vollgemacht, dass nachher eben dieser Dreck und Schmutz sich schön absetzen kann. Und ich den Wachsplatz zudem noch rausbekomme. Ich möchte jetzt gerade noch mal ein bisschen rumdrehen, dass noch mal diese Seite mehr erwärmt wird. Da kann man das jetzt auch noch mal ein bisschen zur Flamme hinstellen. Und genau hier kann ich mal ein bisschen wegschieben. Das ist dann ja der nächste Schmelzvorgang. Wenn das Alters durch ist, dann werde ich endgültig mal diese Eimer auch einschmelzen können. Das Wachs stelle ich dann immer hier hin. Ich habe mir mit der Wasserwaage diese zwei Flächen wirklich perfekt austariert, dass wenn ich das Bienenwachs zum Abkühlen hinstelle, das auch wirklich in der Waage drin ist. So länger sollte ich nicht warten, sonst laufe ich in Gefahr, dass es dann schwappt. Wenn man das richtig über die Kante bricht, dann geht das so gut wie nix daneben. Schwabbel schwabbel. Das riecht immer so lecker. Dann stellen wir gleich mal hier in die zweite Position. Und nachher darf ich nicht vergessen da ein A drauf zu schreiben, wenn es fest wird für Altwachs. Gut, da ist jetzt doch was daneben gegangen. Alles nicht schlimm, weil für solche Sachen habe ich ja immer die Stockmeißel parat. Das in den Bechern wird jetzt auch so heiß, dass die kleinen Wachsschlipsel da drin, die werden da alle wieder geschmolzen. Und auch hier mache ich jetzt wieder einen Trick, dass ich hier den Eimer ein bisschen an die Flamme heran stelle, dass es einfach wärmer wird und auch, dass das Wasser da unten nochmal an Wärme dazu gewinnt. Mit dem Altwachs sind wir hier fertig. Bevor jetzt da eine riesige Dampfwolke rauskommt beim Öffnen, mache ich jetzt wieder kaltes Wasser rein. Sonst habe ich Angst, dass die Kamera innerhalb von einer Sekunde schon Wassertropfen zu ist. Okay, das sollte erstmal reichen. Das nächste, was wir hier zu tun haben, ist das Ding hochbocken. Jetzt fließt hier wirklich noch der ganze Rest von dem Altwachs raus. Wenn es gar nicht ganz minimal ist, sich jetzt mit dem anderen Wachs vermischen tut, ist das nicht so ein Nackenbruch. Aber ich versuche da schon sehr, bis auf den letzten Tropfen zu arbeiten sozusagen. Die Rähnchen topfen erstmal ab und dann werden die hier kurz gestapelt. Wir möchten die nachher mit einem kleinen Wasserstrahl noch von Kleberesten entfernen. Das Thema Etznatrum hatten wir ja schon, das möchte ich nicht benutzen in meiner Imkerei. Da stark umwelttoxisch und es gibt Alternativen. Wir werden hygienisch arbeiten und die Hygiene einen Job machen lassen. Reicht mechanisches Auskratzen? Reicht aus. Super, das war es schon. Ich mache nochmal die Kamera sauber. Wie gesagt, ich sehe es ja gerade nicht, ob es zu ist. Achtung, Scheibenwischer kommt. Okay, es ist so wenig Schlacke da unten, dass ich das einfach nur zur Seite schieben werde. Nicht der Rede wert. Und später kommt dann noch viel mehr Schlacke. Stein nochmal wieder raus. Gucken, ob das Ding wieder gerade sitzt. Jawoll. Und jetzt kann mein ganzes Naturwabenwerk auch noch zusätzlich ausgeschmolzen werden. Und also mehr wie die zwei Eimer sollte man da auf keinen Fall reintun. Stein wieder drauf. Wir brauchen etwas Wasser. Dann nehmen wir den nächsten Eimer. Dann nehmen wir das hier. Dann nehmen wir das hier. Dann nehmen wir das hier. Jawoll. Dann können wir hier den Eimer nochmal tauschen. Und uns dann auf den nächsten Wachsschmelztopf freuen. Also das hier war jetzt alles das Altwachs. Wenn das Naturwabenwachs schon immer weniger fließt, dann ist hier der erste Zeitpunkt, dass ich wieder umrühren muss. Ich glaube wir brauchen wieder einen Scheibenwischer. Also hier, hei, hei, hei. Da laucht es jetzt ordentlich raus. Ne, pusten hilft da nichts. Genau, ich habe richtig vermutet. Also wir haben hier unten eine ganze Menge von diesem Trester. Und der verstopft logischerweise auch den weiteren Wachsfluss. Das ist an der Stelle noch gar nicht so viel. Und ich habe ja noch hier eineinhalb Eimer frei. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal einen Eimer reinschmeißen. Mehr darf es dann aber für heute nicht werden, weil dann wird es knapp mit den verbliebenen Eimern. Die sind ja schon voll mit dem Altwachs. Also den kann ich noch reinkriegen und dann ist es fertig. Stein. Da kommt noch Stein drauf. Den Eimer muss ich dann das nächste Mal, wenn ich wieder heißes Wasser rausbekomme. So beim ersten Vorgang schütte ich so viel Wasser rein, bis es dann eben hier heiß rausblubbert. Und mit dem heißen Wasser kann ich dann wieder meine Eimer hier sauber machen. Ausschwenken mit heißem Wasser. Das Wasser mit dem Wachs kippe ich dann durch den Sieb schnell durch. Und den Sieb mit dem Wachs geht wieder in den nächsten Eimer mit Wachs rein. Also alles ein Prozess, ein Arbeitsschritt sozusagen. Fängt alles zusammen in der Imkerei. Ich denke für heute waren es genug Videos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.